Wir leben im Zeitalter des weltweiten Handels. Lieferketten ziehen sich rund um den Globus. Umso wichtiger ist es, diese weltweiten Lieferketten wirklich klimafreundlich zu organisieren. Klimawandel und Schienengüterverkehr haben sehr viel miteinander zu tun. Jede Tonne, die wir auf der Schiene und nicht auf der Straße transportieren, spart automatisch 80 bis 100 Prozent CO2. Die DB Cargo AG ist der Marktführer für Schienengüterverkehr in Europa. Allein in Deutschland haben wir rund 35.000 Kilometer Schienennetz. Wir bedienen 4200 Zugangspunkte zu diesem gigantischen Umweltnetzwerk. Das sind Rangierbahnhöfe, Railports, Terminals. Das sind Gleisanschlüsse bei Kunden direkt oder in Industriegebieten. Klimawandel und Schienengüterverkehr Klimawandel ist ein wichtiges Thema, heute mehr als immer. Cutting down emissions ist essentiell, um unsere Klimawandel zu erreichen. Wenn wir eine Dekarbonindustrie erreichen wollen, müssen wir verschiedene Aspekte und businessprozesse into account. Es ist nicht genug, wie etwas produziert wird, sondern auch, wie der Produkt oder der Rohstoffe ist transportiert. In Deutschland, Cutting down emissions in Logistik ist besonders wichtig. Wir sehen, dass der Trafiksektor 20% der totalen Emissionen verantwortlich ist. Heute ist unser Sektor die gleiche Menge CO2-Emissionen als 30 Jahre vor. Das ist weshalb wir agieren müssen. Und wir agieren schnell, wenn wir eine Chance haben, um globales Wärme zu verhindern. Die Lieferketten ziehen sich über die ganze Welt. Und da ist es umso wichtiger, dass wir darauf achten, wie wir Transporte wirklich klimagerecht durchführen können. Innovation ist kein Selbstzweck. Das bedeutet, dass wir zusammen mit unseren Kunden an unseren Innovationen arbeiten müssen. So haben wir beispielsweise Telematikboxen mit unseren Kunden und Partnern entwickeln und damit über 60.000 Güterwagen ausgestattet. Damit kann jetzt dementsprechend jeder Kunde auf Knopfdruck sehen, wo sich seine Ware befindet. Digitalisierung ist die Absorption von Komplexität vom Kunden weg. Das nenne ich intelligente Einfachheit. Und ohne die vorhin beschriebene digitale Kapazitätssteigerung werden wir unsere Ziele niemals erreichen. A Transport via Train automatically causes 80% less emissions than a Transport via Truck. By choosing 100% Renewable Energy with DB-Eco Plus, emissions can even be totally avoided. So RAIL offers a fast and a simple solution to drastically cut emissions today already. Es macht mir Mut, dass unsere Kunden nicht fragen ob, sondern wie können wir ganz schnell die Transporte auf die Schiene verlagern. We are shaping the successful transition towards sustainable transport in Germany and in Europe. Being an environmental pioneer is not just part of our self-image, but something we actually live every day. In Transport und Logistik ist der Güterzug die wirklich beste Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. Es geht darum, den Anteil der Schiene im Modelsplit zu erhöhen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Zeit der Schiene genau jetzt angebrochen ist und dass die Klimarettung über die Schiene gehen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017